Gab es denn in der Zusammenarbeit von Digistore irgendwelche Wow-Effekte, wo ihr gesagt habt, hey, das war jetzt irgendwas ganz Besonderes oder Spezielles? Also mein größter Wow-Effekt war eigentlich, erstmal Digistore kennenzulernen. Das war ja vor fünf oder sechs, sechs Jahren, wo ich dich auf dem Kongress eben gesehen habe und da hast du einen entscheidenden Satz gesagt, der bis jetzt immer noch bei mir so prägt und tief sitzt. Pass auf, macht ihr euer Marketing in eurem Business und wir kümmern uns um den Rest, also ums Backoffice. Und ich habe immer überlegt, wie kann man so ein Unternehmen einfach und schnell skalieren und oft scheitert es nicht am Marketing, sondern dann es abzuarbeiten und schnellstmöglich die Rechnungen, die Mahnungen und das Ganze, was da eben das Backoffice, was dahinter steckt. Und dann habe ich nach deinem Vortrag mich direkt angemeldet, habe dann auch Jürgen gesagt, hey, da habe ich was, was ziemlich einfach, was total viel Manpower einspart, was einfach schnell geht, was sicher ist, was Paypal, Kreditkarte, also alles in einem Zusammenfest. Und was, wo ich zu ihm gesagt habe, hey, lass uns Marketing machen und Digistore macht den Rest. Und das war für mich das größte Aha-Erlebnis. Und dann natürlich haben wir uns das Ganze angeschaut und ich finde, Digistore ist einfach aufgebaut, es ist klar, es hat einen deutschen Support, was auch nicht normal ist hier in Europa, was sofort beantwortet wird. Und es hat die Add-Ons, was ich liebe. Es hat One-Click, wo man sofort mit einem Klick kaufen kann und so weiter. Und das ist einfach genau das, was man in der Online-Welt braucht. Besonders, wenn man Power Days, also sprich Tickets verkauft, besonders wenn man digitale Produkte hat. Und ihr macht ja dauernd zu neue Ideen dazu, neue Futures, sag ich mal, in Form von jetzt auch physischen Produkten und so weiter, was es ja vorher auch, glaube ich, gar nicht gab, sondern nur digitale. Und diese Entwicklung mitzumachen, das ist einfach genial. Und das finde ich, deswegen war es für uns eigentlich überhaupt keine Überlegung zu sagen, wir sind bei euch. Das ehrt mich sehr. Vielen, vielen Dank. Super. Habt ihr denn Wünsche, also was, wenn wir jetzt sagen, einfach mal, was würdet ihr euch denn wünschen, was bei Digistore noch dazukommen sollte? Gibt es da irgendwelche Anregungen oder wo ihr sagen würdet, hey, das wäre doch cool, wenn es das noch gäbe? Fällt mir jetzt nichts ein. Das ist, das ist überhaupt das Beste. Nein, also, was, was einfach, was, weißt du, wenn du anfängst mit Marketing, dann stellst du dir so gewisse Dinge vor. Du hast ein Bild von deinem System, wo du sagst, so muss abgebildet sein. Und oft ist ja das realitätsfremd, weil einfach kein System das abbilden kann. Und das, was ich so Marketing in meinem Kopf habe und die Systeme, die habt ihr alle schon eins zu eins abgebildet. Also es gab keine Funktion bis jetzt, wo ich gesagt habe, oh Mist, wenn es das jetzt auf Digistore geben würde, dann wäre ich glücklich, sondern das war alles da. Und von daher bin ich da wunschlos glücklich oder sind wir wunschlos glücklich.